Samedeutz Fahr Samedeutz Fahr hat vor zwei Jahren seine Spezial- oder Schmalspurtraktoren neu aufgelegt, sie mit einem stufenlosen Getriebe und einer innovativen Bedienarmlehne ausgestattet, sowie die Kabine rundum erneuert. In der Zwischenzeit ist mit der Option Active Steer noch eine Allradlenkung hinzugekommen. Die Schweizer Lärmtechnik testete das Modell XF 115 in den Markenfarben von Hürlimann. Angetrieben wird dieser maximal 113 PS leistende Traktor von einem 4-Zylinder-Fahr-Motion-Motor mit 3,8 Litern Hubraum. Das Aggregat erfüllt die Abgasnorm der Stufe 3b. Verbaut ist ein elektronischer Visco-Lüfter und ein zweistufiger Luftfilter. Der Diesel-Tank besteht aus zwei Kammern vorne und seitlich und fasst total 65 Liter. Ohne Frontzapfwelle, Vorderachsfederung und Allradlenkung wären es 90 Liter. Das stufenlose Getriebe T3500 bietet zwei Fahrbereiche für Arbeit und Transport sowie eine aktive Stillstandsregelung. Weiter gibt es drei Fahrmodi. Manuell wird mit dem Gaspedal die Drehzahl gesteuert und mit dem Joystick das Tempo angepasst. Sobald die Zapfwelle aktiv ist, wird der Zapfwellenmodus aktiv. Das heisst, konstante Drehzahl, die Fahrgeschwindigkeit wird über das Gaspedal bestimmt. Im Automatikmodus beschleunigt der Traktor bis zum gewählten Tempo. Nachher wird die Motordrehzahl in Abhängigkeit der Last geregelt. Bei der Zapfwelle stehen die Drehzahlen 540, 540 Eco und 1000 zur Verfügung. Die Wahl der Drehzahl erfolgt extern über einen Hebel im Heckbereich. Mit einer Automatik wird die Zapfwelle automatisch in Abhängigkeit der Position des Heckhubwerks ein- und ausgeschaltet. Optional stehen auch eine Wegzapfwelle oder wie hier eine Frontzapfwelle zur Verfügung. Die Hydraulik mit der Load-Sensing-Pumpe leistet bis zu 100 Liter pro Minute. Ein zweites System mit 42 Litern pro Minute steht für die Lenkung zur Verfügung. Bei den Steuerventilen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Im Heck sind bis zu 5 elektrische, doppelt wirkende Steuerventile. Vorne, hier beim Hubwerk von Sauter, maximal 4 und in der Mitte 3 von hinten duplizierte Steuergeräte verfügbar. Maximal sollen bis zu 9 Steuergeräte parallel bedient werden können. Die auf Hydro-Sealand-Blöcken gefederte Kabine, bei Allradlenkung ist sie 13 cm enger, weist einen flachen Boden, 4 Pfosten und leicht gewölbte Scheiben auf. Die einteilige Windschutzscheibe bietet eine optimale Sicht auf den vorderen und seitlichen Anbauraum. Die Klimaanlage kann man nach einigen Handgriffen nach oben schwenken. Dann kommt ein kleines Heck-Dachfenster zum Vorschein, das mehr Sicht bei Ladearbeiten offeriert. An den hinteren Kabinenpfosten befinden sich zahlreiche Steckdosen. Die Lenksäule lässt sich in Höhe und Neigung verstellen. Die digitale Instrumententafel umfasst aussen zwei Anzeigen für Drehzahl und Geschwindigkeit. In der Mitte ist das Info-Center. Es zeigt verschiedene Betriebszustände an und bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten. Auf der verschiebbaren, 20 cm breiten Maxcom-Armlehne sind fast alle Bedienfunktionen des Traktors enthalten. Auf dem Joystick können über 20 Funktionen, auf dem kleineren Kreuzhebel, deren 8, 3 programmiert werden. Die einzelradgefederte Vorderachse mit doppelten Querlenkern wird von einem elektrohydraulischen System gesteuert. Das Dämpfungsmanagement umfasst neben dem Niveauausgleich auch eine Traktionskontrolle und verhindert beim Abbremsen ein Abtauchen nach vorne. Eingebaut ist weiter eine progressive, automatische Differenzialsperre. Sie verhindert ein Durchdrehen nicht belasteter Räder, in dem das Drehmoment auf die anderen übertragen wird. Der Lenkeinschlag der Vorderräder beträgt bei verbauter Vorderachsfederung 49 Grad. Per Knopfdruck kann der Fahrer auch ein Schnelllenksystem aktivieren. Interessant ist die Vierradlenkung, die über dieses Panel gesteuert wird und verschiedene Modi bietet. Bei Schrägfahrten kann beispielsweise mit der manuellen Lenkung hinten gegengesteuert und so das Abdriften verhindert werden. Der Lenkeinschlag der hinteren Räder beträgt aber nur 18 Grad. Der Wenderadius wird um etwa einem Viertel reduziert gegenüber der reinen Vorderachslenkung. Diesen nahezu voll ausgestatteten Hürlimann XF 115 V-Drive Active Steer ist ab 150.000 Schweizer Franken erhältlich. Den ausführlichen Testbericht gibt es in der Printausgabe der Schweizer Landtechnik zu lesen. Dämonischen Spannungen Dämonischen Spannung Untertitelung des ZDF, 2020